Wem würdest du denn das Studium an der Business School empfehlen? Also in dieser Business School würde ich auf jeden Fall Leuten empfehlen, die schon Berufserfahrung haben, die vielleicht schon in einer Führungsposition sind oder kurz davor sind diese zu bekommen, weil wenn man halt eben andere Kommilitonen trifft, die in ähnlichen Funktionen sind oder Unternehmer, die selbstständig sind, weil man sich halt dann gut austauschen kann auf Augenhöhe auch und einfach wichtige Informationen bekommt, wie Probleme in anderen Unternehmen gelöst werden. Für ganz junge Studenten hatten wir in unserem Kurs auch. Denke ich, die haben auch viel gelernt von den erfahrenen Studenten, wie es so abläuft in den Betrieben. Das weiß ich jetzt nicht, ob denen so ein Studiengang, der auch gewisse Erfahrungen voraussetzt, wirklich so viel weitergebracht hat, wie den erfahrenen. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber ich für mich kann sagen, dass die erfahrenen Professionals, wie man sollte gelernt haben, sehr gut aufgehoben sind hier in der Business School. Ich bin ein Stück, das ist ein Stück. Und ich danke dir. Ich bin ein Stück, das ist ein Stück.